Ach, immer dieser letzter verkackte Mongo. Wieso springst du immer nach links, Alter? Wie nach links? Ja, du kannst einfach gerade auf das... Die springen ja immer erst links, da. Ich springe aber auch direkt hiervon. So wie Alex das macht, das ist... Meiner Meinung nach. Nein, Alex. Alex, bitte. Nein, bitte. 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 Was? Bitte. Sonst muss ich dich töten und Justus warten, oder? Du hast Justus auch runtergekickt. Hättest du nicht gemacht, hättest du Justus nicht runtergekickt. Hättest du nicht gemacht, hättest du Justus nicht runtergekickt. Und meine Mama ist scheiße. Echt, ey. Am Arsch, ey. Geht ab, Alter, ich... Alex. Fick dich. Ich komm da nicht mehr zurück. Was nennt das hier eigentlich für Blöcke? Welche... Sprung nicht mehr asozial? Ja, normalerweise. Also ich komm nicht mehr durch. Hast du's auch schon geschafft? Welcher Sprung ist asozial? Ey, Leute, wie kommt... Ich komm hier nicht mehr durch. Ich bin nicht mehr gewachsen. Ich hab der Sprung nicht. Ich... ich hab's gleich geschafft. Jetzt den nächsten hier. Den finde ich irgendwie mega... Ah, geht doch. War ja nicht so schwer. Den fand ich nicht so komisch. Danach. Hier, gleich kommt ein komischer hier. Da, wo ich jetzt stehe. Ach, Leute, nein, ich hab keinen Bocken auf diese Scheiße, Mann. So ein Dreck ist das, ja? Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh, guck mal, Alter. Oh, boah. Oh, boah. So, Alex, wo bist du denn? Guck mal, da ist das alles. Guck mal, bis da oben kommt jedes Mal durch. Aber dann... Hey, hier ist ein unmöglicher Sprung, Alter. Nichts ist unmöglich. Leute, kommt doch mal bitte zurück. Das ist doch echt scheiße. Wo ist das? Oh, ich will hier Sprung. In die Checkpoint? Ah, okay. Lol. Jetzt? Jetzt da rüber. Hinten rechts. Leute, kommt doch mal bitte zurück. Das ist doch echt mies. Da. Siehst du, hast du das gesehen? Ja. Oh, jetzt sehe ich nichts mehr. Ach, ich hab keinen Bock mehr. Ja, und ich warte. Leute, ich geh kurz hier weg. Jetzt mach du. Leute, kommt doch bitte zurück. Ja, wir haben das Level jetzt gerade fast geschafft. Meinst du, ich geh jetzt zurück? Ja, aber das ist trotzdem scheiße, wenn ihr alles immer schon vormacht. Das ist wirklich richtig scheiße. Boah. Man kann doch viel lieber Alex hier zugucken, weil er nichts geschissen kriegt. Alex. Ho, Alex. Ho, Alex. Ho, Alex. Ich hab's geschafft, Marvin. Ja. Kommt, Leute, jetzt kommt man zurück. Ja. Ach so, man hört zurück zu den Fliegen. Genau. Lol. Alex ist nicht fähig, sich in den Game-Mod zu setzen. Wie geht das immer? Da zeig ich dir mit Sicherheit nicht. Das zeig ich dir mit. Komm, Alex, jetzt schaffst du das. Wie tue ich diese Scheiße in mein Inventar? Was machst du? Oh, fuck. Ist der immer noch unten? Oh, Mann. Lol, Alex. Ja. Ich will nur diesen letzten Sprung hier. Da will ich hin. Weil bis dahin schaff ich hin. Ich hab keinen Bock, ja jedes Mal hochzuspringen. Ich will nämlich nur die... Ich will immer hier hin jetzt. Dann würde ich da auch noch eine Leiter hinsetzen, ne? Ja, warte mal. Ich kann dir... Ich baue dir da eben eine Leiter hin. Ich hab da sonst nichts zu tun. Na, ich will eine Leiter haben. Eine Leiter. Oh, fuck. Da ist der Leiter. Mann, so eine Scheiße hier. So, Slash-Game-Mode. So, Alex, jetzt hab ich dir da eine Leiter eingesetzt. Jetzt kannst du dich mal hoch. Scheiße, ist das hier, ey? Bis dahin hab ich's immer. Bei diesem letzten Sprung hier schon. Ja, Justus, das ist ja der absolute Pro, hab ich so gehört. Okay, Marvin ist der generelle Ober-Noob. Das ist klar. Er fängt immer an zu brennen, wenn ich ihn abschieße. Ja, eine Kostprobe. Nein, geh weg, Mann. Könnt ihr mal aufhören mit eurer Minderwert? Wieso speckt ihr denn die Sau auf der Oas? Jetzt kann ich hier nicht mehr rein, jetzt kann ich hier nicht mehr rein. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Hat, ist ja wieder eine... Hier links musst du rein. Hier, komm. Hallo. Hier. Jo. Ich war grad so weit, um beschissen, mehrwertigen Zaun umzubauen. Irgendwann, wenn ihr nicht aufhören braucht, um beschissen, Zaubertrecken zu werfen, ne? Ich hab'n ganz normalen Standardbogen. Nein. Das ist hier der Kampf der Engel. Weißt du, mit ihren Bogen, Bögen oder Kampf der Götter. Auf der linken Seite präsentieren wir ihn Artemis, die Köttin der Jagd, auch bekannt als Justus. Und auf der rechten Seite stelle ich ihn Apollo vor den Götterboten, auch mit einem flammenden Bogen bewaffnet. Und was bin ich? Ja, ich hab noch keinen Fall aufgekriegt. Du bist, du bist Arm. Du bist Arm. Du bist ja liebes Gott Alex. Danke. Bitte gern geschehen. Ach komm, nein. Nein. Nein, ich spüre das nicht mehr. Ja, okay, Alex, dann kommen weiter und kommen hoch. Dann überspringen wir das. Du bist einfach viel zu schlecht dafür. Boah, Mann. Ich hätte ihn fast getroffen. Hätten wir uns aber auch irgendwie gegen Meile resistent oder so, oder? Alter Alex du bist so unfähig weißt du das? Nein! Ich weiß nicht ob du das nicht schiffen Alter Justus ist gut Ah ne warte 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 Auf Alex Auf Alex Komm Oh ich freu mich ja schon Hallo Hahahaha Hör den Kopf von alleine annehmen Ja komm irgendwann ist immer lustig Das ist immer wieder lustig Alter Alex wie viele Pfeile du in deinem Kopf drin hast Alex kannst du noch was sagen oder hast du am Mikro stumm geschaltet und bist am rage Ok letzteres Oh man Warte Ich hab auch nen Bogen Ich glaub gleich bin ich gewann Hahahaha Was geht mit dem Alter Hahahaha 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 Oh mein Gott ey Oh mein Gott ey Oh mein Gott Hahahaha Der lief gleich und was soll er wenn Der ist gleich weg Hahahaha 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 Ah komm ohne Brandpfeile Brandpfeile sind scheiße Hahahaha Hahahaha Ja warte lang Dann gib mir mal neun Pfeilen bitte Neun Bogen Hahahaha Hahahaha Wo bist du Der ist gleich weg Der ist gleich weg Der lief gleich Irgendwie viele Pfeile der drin hat ey Oh, schade. Guck mal, wie viel Fall hinter der Trittstock hat. Alex, noch da? Oder versucht er uns jetzt gerade zu bannen? Alter, wahrscheinlich sucht er gerade den Befehl für bannen oder so. Ich habe nicht... Ne, geht das? Ne, geht nicht. Ja, Alex, das geht nicht. Alex, das geht nicht, ne? Wir sind alle im Creative Mode. Oh, wie man ihm in die Augen schluckt. Kann man irgendwie zoomen? Okay. Okay. Vielen Dank.